Da sehen wir wie das funktioniert, ob man da wieder das mehr angezeigt kriegt, wenn du was. Achso, ja. Verhältst du das eigentlich, wenn man scheiße Ritis hat? Wird das dann auch mal schlimmer? Und was macht das überhaupt? Ähm... Du siehst ja dann nachher in deinem Dings-Profil, wo bei mir steht zum Beispiel Wetten ist 7% jetzt. Man muss ja bei dir denn in wieviel Stunden denn stehen. Und dann wird es dann schlimmer, na klar. Soweit, dass du den Chloe erstmal Ausdauer verlierst. Dann irgendwann ein Wellness und dann auch eben dementsprechend Punkte verlierst. Echt? Ja. Von der scheiße Ritis? Jedes Mal alleine mit der Zeit. Also real life. Ja. Ja, wenn nicht, haben wir ja Antibiotika. Im Dings-Profil haben wir ja. Lage ich hin? Äh. Wo bist du denn jetzt, Alter? Bist du erstmal Twig-Zummieskin? Ist das schon wieder an Armee-Camp? Wo ist das, wo du gerade warst? Ja, schon wieder an Armee-Camp, ja klar. Alter, witzig scheißdienst. Machst du mal einen Karten-Eintrag? Okay, Mensch. Oh Mann, kann man nicht mal irgendwo stehen bleiben? Ja, ich mach mal einen Karten-Eintrag. Ähm. Ja, mach mal jetzt denn nicht mit. Machst du Armee-Camp 2 oder sowas? Ja. Äh. Oder ich schreibe, äh, Armee. Wie schreibt man vor? Na scheiße, ist doch ja. Armee. Camp 2. Ähm. War ein Jahr 12 schon vorbei, ja? Oder zu dem Kriegen-Camping? Ja, ich weiß nicht wo, das musst du mir schon sagen. Da jetzt hier, jetzt bringt's rot. Wart mal. Hast du ein Wood-Frame wieder dabei? Jo. Wo stehst du? Das ist der, wo ich jetzt stehe? Ja, geh mal weg. Hattest du dich davor? Hattest du dich doch ein Stück davor? Mit. Ja, jetzt bringt's rot. Warte, ich renne gerade aus. Jetzt, warte. Äh. Jetzt fängt's wieder an zu klinken. Gut, dann renne ich in die Mitte ungefähr. Im Wegen. Ach, da ist ja das Ding. Warte. Das heißt, ich müsste mal in die Richtung rennen. Oh, hier hat's schon auf. Äh, hier? Fängt's an zu klinken? Ja, geh mal weg. Und? Hier fängt's an. Hört. Okay, kann man sich da orientieren? Hier ist er. Ehen Wood-Frame. Da ist er. Du hast da. Da ist er. So. So, ein komisches Gebiet, ja? Der vierte. Graben. Wo sind der vierte Wood-Frame? Was sind? Da. 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 Hier ist er. Oder? Wo ist noch eine? Da. Zwei. Da. Links und rechts von. Geradezu. Und links und rechts. So, mal gucken. Ich weiß noch hier. Gucken, wie viel wir mal hier umgraben müssen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viel Tieftiel sind jetzt, ob das immer noch so ist. Transport ja nicht so tiefer, Kram. Also maximal. Gucken. Gehen. Okay. Oh. Die Trashermärkte ist nur der große Stadt, ja. Ja, weit hinter der großen Stadt, ja. Ja, wir müssen ja auch, die Richtung kann man ruhig mal erforschen, dass da noch was kommt. Ja. Ja, wenn nicht, kann man auch, ähm, dann die, äh, eine Trashermap, dann, ähm, unten dann machen. Eben, wo die Kreuzung ist. Dass wir da... Ich hab's ja. Ja, wo bist du denn? Ich will dich ja nicht mehr. Soll ich oder du? Bist du, ich seh dich ja nicht mehr. Ja, hier, hinter dir. Dann folgt doch einfach den Fall. Was hast du denn hier gefunden? Was ist denn, nur ne Kiste, oder? Ja, ist nur ne Kiste. Ja. Ja. Goldnucket. Ja. Und auch rohen Diamanten. 40 Silbernuckets. 4359 Duke Nukem Stockens. Oh. Und Rocket Launcher Stock. Ja. Gut. Das lohnt sich auch mal. Wofür braucht man die Token? Äh, beim Händler einzukaufen. Ich hab gedacht, das normale Geld kann man da. Mh, das normale Geld kannst du skripten. Ach ja, ich werd noch mal ein ganzes Papier was zu sagen. Jupp. Ähm, zweiter. Ich werd noch mal das Ding löschen hier auf der Karte. Ach so, ja. Mh, zweiter. Schau mal. Ja. Weg, schau. Demoved. Äh, Plan zum nächsten, oder? Das B-Camp hier machen. Zum nächsten, weil der ist hier gleich in der Nähe, oder? Ja, ja. Ist nicht so weit. Dann können wir nämlich den voll machen. Das Armeelager hier ist natürlich näher. Ja, Armee können wir immer noch mal machen. Weil das ist ja doch relativ, äh, viel drinne. Wo ich sagen, die ganzen, äh, was die ganzen, äh, Waffenteile sind, oder sowas, kriegen wir ja auch nicht mit weg. Jetzt mal roto krall. Ich mach hier mal ein bisschen Waldarbeit. Ja. Ich hab sie gekillt. Natürlich noch besser sind noch EP. Guck mal, ob das bei mir klar steht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ja, das kommt vor allem hier. Every second. Ach, stamina, oder? Reicht mich. Da hinten kommt auch noch einer. Wenn nicht, kannst du ja mal selber hier das abstecken, oder? Ja. Wenn nicht, würd ich... Aber wieso weiter? Wir sollen nicht in der Nähe. Warte doch hier noch Bildschreiben gemacht. Ja. Ja? 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 Jetzt los. Jotz auch? Mhm. Ich dachte, sie kriegt den Haus noch, gell? Ach. Lassen. Hier ist ungefähr der Hälfte, ne? Jotz. Hier fängt's an? Ja. Oh. Weg. Hier fängt's an. Warte mal. Ach, das ist gut. Sieht man besser. Ja. Ja. Können wir weg, bitte? Ja, wo wir gerade so sind, oder? Ja. Wie tief warst du so drei, vier Ebenen ungefähr, oder? Ich glaube drei oder sowas war ich tief gewesen. Wir stehen natürlich hier oben auf dem Berg. Ich glaube, das hat... Das haben die mit Info-Compute. Ja. Nicht, dass den hier an den Berg erstmal abfragen, wie soll es wissen. Ja. 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 Ich hab's ja. Ach du sind wir auf mich. Ich wollte mich immer interessieren, ob dann meine Mission auch beendet ist. Oh. Sniper Rifle mit 10x Munition, 5200 Casino und 174 9mm Schiss. Und, beendet oder? Fehlt. Hm? Fehlt. Aha. Also muss ich es immer der machen, der es hat. Ja, ja. Muss man auch erstmal rauskriegen. Ja. Ähm, oh, ist hier bestimmt draußen. Ja, zurück zum Armeecamp, das Ding leer, ne? Ja, die Küste leer. Muss nochmal rauskriegen. Aber daheim, aber... Äh, Armeecamp, ja, so. Ne, an der Eier reinen wir nicht vorbei. Eier nehmen wir mit. Hm. Eier sind wichtig. Und Zombies schießen für Skillpunkte auch. Und der Rausch weggerannt ist. Ich habe den schon... Achso. Jetzt auch schon da aufhören. Den hier, oder was? Ich hatte da oben. Upsala. Ich habe auch noch drauf geschossen. Ich lüten. Ja. Hier vorne noch einer, oder? Wenn du den Haar schießen um, dann sagst du mir nur, wo du lichtern. Bei dir? Fasten? Ja. Leute, ich habe ihn sehen. Kannst du noch bin drin. Du... Gut. Ja, Casino-Token hattest du ja hier habt. Aber die packe ich in die rechte Kiste mit rein. Eben. Äh... Hat man irgendwelche Munitionen mit hier gehabt? Den Dirt brauche ich denn noch? Soll ich den Dirt... Ich habe ganz viel Dirt, wirklich. Ja. Brauche ich. Meist es hier auf dem Fußboden, ne? Boah. Da habe ich noch Brass und den Scheiß. Ja, das kannst du ja alles in die Kiste mit drin schmeißen. Achso. Casino-Token. Das wollte ich halt dir... Ja, das schafft man die Waffe, das hat eben alles. Weil das lasse ich hier... Ja, nur... Nur Waffenteile, nur alles, was wichtig ist, sag ich mal. Erstmal. Weil die Woodframes lasse ich hier weg damit. Meinen Hut setze ich kurzerhand auf. Äh, achso. Gut. Ja, hat sich schon erledigt. Achso, Moji-Pret wollte ich noch hinschmeißen, siehst du mal. Kann ich schon nie mehr mitnehmen. Warte, mach ich so nachher. So, fett. Das habe ich, 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 das. So, das Glas, da wollte ich auch nicht mehr. Ich bin leer, also ich habe noch nichts aufgenommen. Du musst dann aber mal die Casino-Tugens auf der linken Seite mitnehmen. So, wo war ich schon welcher, ich will erst mal raus hier, dann kannst du erst mal kippen. So, dich, 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 achso, ja, da kann ich stacken. Ääh. Äh, ähm, dich, dich, die kann man scrapen. Ach, hier, auch Fiber, auch vier Fiber, aber da kann ich nochmal eine Stelle clone. ja verschiedene sachen die man kann nur 50 homies decken 10 mm round habe ich ja nicht hast du die neuen millimeter mit ihnen ja ich habe ja keine munition ich habe nur alle Waffelteile ach so ne die 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 liegen bei unten bei millionen drunter geht das Wasser trinken da habe ich habe ich das mit dem anderen zusammen da kann ich das mit die 136 habe ich schon packe ich dir aber oben rechts rein weil dann kann ich noch was anderes mitnehmen was nehme ich denn da mal mit es schön ist die Schippen zerlegen und du brauchst uns paar neue ja ein pick x ist oder so kaputt die Schippe ist kaputt und die fire x ist oder so kaputt den habe ich wieder drei stück frei eben bei den hells mit wollte ich mitnehmen ich habe sowas ist es dauert zwar ewig 30 Sekunden braucht das aber kriegt ganz schön viel raus deine kann ich auch Fußboden schmeißen ja ganz genau die brauche ich brauchen wir nicht jetzt habe ich noch zwei plätze freie ach dann nehme ich noch Gas und Gas mit also Ölfässer Gas Barrel habe ich zwei das hast du nicht wahr ne das habe ich nicht gut wir müssen auch immer eine Minute warten das ist das alles gut ist ach so Prozent hast du einen oder ja in drei in 20 Sekunden ne ich hab auch ich hab nur 800 oder sowas bei mir ich gebe dir dann das an ich gebe dir dann so ein das klappt auch gerade also da in 25 Sekunden ist es fertig äh du kannst das so oder so äh das bleibt denn in der Warteschlange drinne denn das ist doch eher noch was freigekriegt ja ja so fertig neun Sekunden sechs fragst du dann in die Kiste mitmachen so dann kann ich nicht habe ich nicht mehr ein paar Plätze freigekriegt nimm die Munition mit es wollen die Freizeit mitnehmen und Konzern mitnehmen in der Schuhe und das war es eigentlich schön aber jetzt bin ich folgend ja der Rest der Tränen sind ziemlich Ganze kaputt haben oder was ach so noch etwas drin, oder? Weiß ich nicht. Achso, jetzt wird's komplett kaputt haben. Wissen wir was mit Öl und Krähen Alkohol? Ich weiß nicht, was Krähen Alkohol ist? Krähen Alkohol? Ja, wenn ich kümmere, wir haben so viel Mais. Wir können das sehr wohl... Ja, dann... Ja, hast du noch was? Ich hab alles gescrubbt. Ja, jetzt mach's kaputt. Dann raus. Äh, hilfst du mal mit, oder? Weil das dauert hier ne Weile? Ich hab doch keine Axt mehr. Ja, ich auch nicht. Ich mach's mit meinem Knüppel jetzt. Kann ich schon Spike knüppeln? Oder was denn da hast du noch? Ich hab noch einen normalen... Bam! Letzter Sprung, ja. So, jetzt ab nach Hause. Ich glaube in Richtung Nordosten, ne? Äh... Oder mehr Richtung Osten noch. Äh, hallo? Da. Ne, Süd, 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 West. Nee. Ne, Süd, Süd, West. Muss nach Osten, Nordosten. Da ist unsere Heimatbasis. Achso, äh... Warum hat dann der das falsch gemacht? Oh, hier. Wo war ein Dings hier jetzt? Hä? Hä? Ja, Ost, Nordost, ja. Falsch gesetzt hier. Ah, ich renne direkt durch, weil es schon... Achso, du hast ja das... das Fleisch mitgenommen. Ich denke, dass vielleicht auch mit Regnen... Ja. Weil wir dir vertrauensvoll sind. Mit Moldi-Bread in der Hand. Hä? Warum funktioniert denn mein Kompass hier nicht so wirklich? Äh... Version nicht. Oh, hier willst du Googles haben hier, Markus? Googles? Nö. Okay. Hau weg. Du hast einen Stamm hier lassen. Kannst ja nicht mal aufnehmen. Habe ich kein Dings hier? Hä? Weil... Achso, meine Bedroll liegt noch da unten. Ich wundere mich... Bei uns allen. Bei uns allen. Wir haben nämlich noch keine Zuhause uns hingepackt, ey. Nicht so schlau. Nö. Und das hätten wir dann schon gemerkt, wenn jemand beim... Weil ich will immer eben dementsprechend zu meiner Bettrolle rennen. Oben. Aber dann laufe ich die ganze Zeit immer in die falsche Richtung. Und ich hab mich übelstlich gewundert, ey. Weil du, ich hab mich schon gewundert, wo der irgendwie geht's. Nö. Weil ich bin... Wollte immer zu meiner... Zu meinem Schlafsack gehen, aber... Der liegt ja leider nicht da. In der Wüste. Der liegt in der Wüste. Ja. Hast du was dabei? Ne. Müssen wir mal den gleich neu setzen unten. Reiserei zieht nur meine Ausdauer. Mhm. Gleich ne Antibiotika, ne. Gelb oder Tee. Reicht. Oder so. Okay ne Antibiotika. Okay ne Antibiotika. Ja. Ach so. Ich bin ja mein... Blöder. Sag er. Warum? Ach ich hab ein... Vitaminpille mitgenommen. Anstatt die mir gleich rein zu pfeifen. Ja. Was hast du auch scheiße Rietens? Ne. Ne. Aber um meine Wellness höher zu kriegen. Wir haben doch schon... Müsste es doch auch schon ziemlich hoch sein. Das müssen wir essen, was wir schon haben. Ja. 140 bin ich jetzt her. Ja. Aber bei 120. Ja gut ich hab jetzt noch roten Tee gekocht eben. Und den trinke ich jetzt ja eigentlich nur mit. Ach so apropos. Hä? Ach so. Ich trinke roter Tee. Hm? Freunde wofür war denn roter Tee gut? Ne. Ne. Für mehr Ausdauer oder? Ich weiß es ja nicht mehr so genau. Aber ich trinke den eigentlich nur um da ein Wellness immer zu kriegen. Eben. Hm. Oder wann es 0,2 Wellness ist? Weiß ich jetzt ja nicht mehr. Ach ist ja auch real. Zumindest bin ich gleich da. Mal. Bei denen tue ich mich kurz mal. Bei denen tue ich mich kurz mal. Da ist es so. Mh. 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 Oh ich hoffe war ja alles offen gewesen. Na ja. So, ähm...